Der Tod von Fritz Wepper am Morgen des 25. März 2024 löste eine große Welle der Trauer in der weltweiten Film- und Fernsehgemeinschaft aus. Seine Familie veröffentlichte eine offizielle Mitteilung zu diesem herzzerreißenden Verlust, die viele Menschen nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt traurig machte. Fritz Wepper, ein herausragendes Talent des deutschen Kinos und Fernsehens, hinterließ durch seine abwechslungsreichen und beeindruckenden Rollen einen tiefen Eindruck beim Publikum. Er ist vor allem für seine Rolle als Inspektor Harry Klein in der klassischen Krimiserie Derrick bekannt. Eine Rolle, die er mehr als zwei Jahrzehnte lang mit Auszeichnung und Emotionen spielte. Fritz Wepper ist nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein Symbol der deutschen Filmindustrie mit ihrer Ernsthaftigkeit und ihrem Engagement für die Kunst. Darüber hinaus hinterließ Wepper auch durch viele andere Rollen, etwa in den Filmen, Cabaret und The Bridge, beim Publikum Eindruck. Seine Rollen in diesen Filmen beeindruckten nicht nur das Publikum, sondern hinterließen auch einen tiefen Eindruck von seinem Talent und seiner Professionalität. Wepper ist nicht nur ein vielseitiger Schauspieler auf der Leinwand, sondern auch in seinem Privatleben für seine Sanftmut und Moral bekannt. Obwohl er in der Presse Aufmerksamkeit erregte, als er sich von seiner Frau scheiden ließ, um eine neue Beziehung einzugehen, ist er in den Herzen der Fans immer noch ein Symbol für Aufrichtigkeit und Hingabe in Karriere und Leben. Die Beerdigung von Fritz Wepper erregte die Aufmerksamkeit und Trauer tausender Fans, die herbeiströmten, um ihn auf seiner letzten Reise zu sehen. Die Abhaltung einer dreitägigen Beerdigung ist auch eine Möglichkeit für alle, ihre Trauer zu teilen und sich an ein großes Talent zu erinnern, das verstorben ist. Mit dem Tod von Fritz Wepper verlor die Film- und Fernsehbranche nicht nur einen talentierten Schauspieler, sondern auch eine Ikone. Eine Orientierungshilfe für die nächste Generation bei der Verfolgung von Kunst- und Filmkarrieren. Was er hinterlassen hat, wird sich immer in die Herzen der Fans einprägen und eine ewige Inspiration für die nächste Generation sein. Der Tod von Fritz Wepper erinnert uns auch an die Kostbarkeit der Zeit und den Wert des Lebens. Dies unterstreicht, dass jeder Moment wichtig ist und in vollen Zügen gelebt und erlebt werden sollte. Was wir in diesem Leben tun, wie wir andere behandeln und wie wir unsere Spuren hinterlassen, wird sich darauf auswirken, wie man sich später an uns erinnert. Für Fans von Fritz Wepper ist die weitere Erinnerung an ihn und die Wahrung seines Andenkens eine Möglichkeit, sein Talent und seinen Beitrag zur Film- und Fernsehbranche zu würdigen. Jeder seiner Filme, jede Rolle und jede Geste ist Teil des kulturellen Erbes, das er geschaffen hat. Und es liegt in der Verantwortung derjenigen von uns, die ihn lieben und bewundern, sein Erbe am Leben zu erhalten. Dieses Eigentum bleibt für immer bestehen. In der Welt der Kunst verblassen Gefühle und Erinnerungen nie erinnern wir uns an Fritz Wepper, nicht nur durch seine Rolle auf der Leinwand, sondern auch durch die Geschichten, Erinnerungen und Emotionen, die er mit uns teilte. Lasst uns unsere Liebe und unseren Respekt weiter verbreiten, denn das ist der beste Weg, uns an jemanden zu erinnern, der uns verlassen hat, aber immer in unseren Herzen weit erlebt. In den Ehrungen und Würdigungen an Fritz Wepper können wir auch eine Botschaft der Menschlichkeit und Gastfreundschaft erkennen. Er hinterließ nicht nur ein Erbe der Kunst, sondern auch der Hingabe und Fürsorge für die Gemeinschaft. Von der Darstellung mehrdimensionaler Charaktere bis hin zur Empathie für seine Mitmenschen zeigte Fritz Wepper, wie wichtig Verbundenheit und Respekt für alle im Leben sind. Bei der Anerkennung dieser Werte geht es nicht nur darum, einem brillanten Künstler zu gedenken, sondern auch darum, die nächste Generation anzuleiten und zu inspirieren. Wir können von Fritz Weppers Engagement für die Kunst und für andere lernen, um eine bessere Welt zu schaffen, in der Liebe, Verständnis und Gastfreundschaft zentrale Werte sind. Im Herzen eines jeden Fans ist Fritz Wepper nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein Freund, ein Lehrer und ein Teamkollege auf dem Lebensweg. Ihm weiterhin zu gedenken und ihn zu ehren, ist unsere Art, an das kulturelle und humanistische Erbe zu erinnern, das er geschaffen hat. ... schon mal nicht studieren gehen kann. Also, ja, aber grundsätzlich finde ich, diesen Abschlüssen wird viel zu viel zugesprochen. Folglich macht man sich auch extrem drob vor den Abschlüssen, weil man will sie ja unbedingt schaffen. Weil wenn man durchfällt, was wäre das für eine Blamage? Ich möchte ein Beispiel machen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade den Drang dazu, das zu machen. Jetzt stell dir mal vor, du bist, wann macht man Hauptschulabschluss? Ich glaube, in der neunte. Jetzt stell dir mal vor, du machst den so, aber erkrankst dann an irgendeiner Krankheit, die halt nicht direkt heilbar ist. Und bist deswegen dann, keine Ahnung, Ewigkeiten im Krankenhaus oder so, kommst dann raus und hast aber dann nur diesen Abschluss. Und wirst dann von jedem als dumm eingestuft, du aber überhaupt nicht dumm bist, sondern einfach gar keine Gelegenheit hattest, diesen Abschluss zu machen. Richtig, auch anderes Beispiel, viele Jugendliche brechen gerade, also tut mir leid, dass ich das jetzt so kategorisiere, aber ich glaube auch viele Stadtkinder.